Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und dann ist Glenn aufgetaucht und hat mein Herz erobert Als er mich auf dem Ball im Country Club geküsst hat, wusste ich, dass wir für immer zusammenbleiben würden Lois, ich hab jetzt Lust auf den Nachtisch Oh, und einen Kuchen gibt's auch Oh, Glenn, ich liebe deine Sexwitze und schmutzigen Wortspiele Deswegen hab ich dich geheiratet Gehen wir rauf und treiben wir es Okay Brian, diese Zeitreise hat mein Leben ruiniert Wir müssen den Tod bitten, uns nochmal ins Jahr 84 zu schicken, damit ich das korrigieren kann Oder wir versuchen uns damit zu arrangieren Al Gore ist Präsident Ich meine, das können wir ganz klar als Vorteil verbuchen Unter Busch hatten wir keine fliegenden Autos, die mit Salatöl betrieben werden Meet George Jensen His boy Al Roy Daughter Judy Jane his wife Hey, hey, hey Nein Nein, nein, nein Ich hatte den ja für dich rausgenommen Also nimmst du den und das behalte ich Du nimmst nicht meine Brieftasche mit, damit du shoppen gehen kannst Ich wollte nur Lebensmittel einkaufen Erzähl keinen Scheiß Koste es, was es wolle Ich muss es irgendwie schaffen, Lois wiederzukriegen Der Einzige, der uns helfen kann, ist der Tod Und der taucht nur auf, wenn jemand stirbt Ach, das wird nicht einfach Durch Präsident Gores Gesundheitsplan leben die Menschen heutzutage viel länger Und durch das strikte Waffenverbot und ein verbessertes Bildungssystem Gibt es keine Straßenkriminalität Dass du Lois nicht geheiratet hast, ist das Beste, was dieser Welt je passiert ist Ist mir egal Wir müssen den Tod irgendwie hierher kriegen, und zwar flott Damit könnte es klappen Tod, oh Gott sei Dank bist du hier Pass auf, du musst mich nochmal in die Vergangenheit schicken, damit ich Lois heiraten kann Mann, war das ein langer Tag Dick Cheney, der Ölkonzernchef, hat den obersten Bundesrichterskanal Alia bei einem Jagdunfall erschossen Und mit derselben Kugel hat er noch Condoleezza Rice und Donald Rumsfeld erwischt Oh mein Gott, Peter, du darfst Lois nicht heiraten Ich habe all diese Namen noch nie gehört Okay, festhalten, es geht los Das ist genau derselbe Augenblick, zu dem ich dich das erste Mal hergeschickt hab Also, bau nicht wieder so eine Scheiße, ja? Lois, oh mein Gott, es ist ja so eine Freude, dich zu sehen Freust du dich auf der Typ mit dem Irrenblick im Kino heute Abend? Ich dachte mir, Scott Baio ist androgyn genug, dass wir beide... Dass wir beide ihn anhimmeln können, ohne schwul zu sein Ja, ich kenn den Witz Der Typ mit dem Irrenblick ist doch kacke Gehen wir lieber in Krull Peter, du weißt, wie sehr ich mich auf diesen Film freue Ich würde viel lieber in Krull gehen Tja, vielleicht solltest du dann einfach allein gehen Vielleicht werde ich das auch tun Wie du willst Scheiße Tod Was denn? Einmal noch Freust du dich auf der Typ mit dem Irrenblick im Kino heute Abend? Ich dachte mir, Scott Baio ist androgyn genug, dass wir... Das war echt saukomisch, du bist wirklich ein Traum Der Typ mit dem Irrenblick ist mein Lieblingsfilm Und ich freue mich darauf, ihn mit dir zu sehen, mein Schatz Ach, das ist aber schön Tod Freust du dich auf der Typ mit dem Irrenblick im Kino heute Abend? Ich dachte mir, Scott Baio... Ja, ja, Scott Baio, schwul, bla 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 Ich freue mich schon auf den Film Na wunderbar, dann sehen wir uns heute Abend Oh, hey, Peter Hör mal, ich wollte gerade in die Stadt losziehen Willst du nicht mitkommen? Ich kann nicht, Cleveland, ich habe ein Date mit Lois Wir werden Spaß haben Meinst du wirklich? Peter, was machst du hier? Du solltest längst bei Lois sein Oh, Kacke Tod? Nein, weißt du was? Ich mache es nicht nochmal Scheiß drauf, keine Wiederholung mehr Zieh es allein durch Oh, verdammter Mist, Brian, was mache ich denn jetzt nur? Das hat noch schlimmere Folgen als damals, als ich Sylvester Stallone diese Handel geschenkt habe Alles klar, Sylvester, bitte übertreib es nicht mit dem Ding, ja? Keine Angst, Peter Ich bin sowieso nicht zum Muskelprotz geboren Und ich bin sowieso nicht mit dem Ding, ja? Und ich bin sowieso nicht mit dem Ding, ja? Vielen Dank.